So, hi und hallo mal wieder. Ich wurde ziemlich oft gefragt, habe ich von der Bundesliga Chrom Autogrammkarten oder Trikotkarten gefunden habe? Ja, und sogar die Originalballkarte. Dazu aber später. Ich habe insgesamt sechs Autogrammkarten, acht Trikotkarten, eine Ballkarte und drei Doppelte. Die ich eventuell zum Tauschen anbiete. Aber jetzt erstmal zu meiner Autogrammkarten. Ich will sie jetzt nicht auspacken, deswegen zeige ich es euch so. Ich hoffe, ihr könnt sie lange genug erkennen. Aber auch hier gilt es, wenn ihr sie länger genießen wollt, immer wieder auf Pause drücken. Und wie ihr dann noch feststellen werdet, ist nicht eine von meinen Vereinen dabei. So, das waren jetzt die sechs Autogrammkarten. Jetzt einmal von hinten. Wie ihr seht, Gratulation, ist überall hinten drauf. Jetzt zu den Trikotkarten. Es sind acht. Aber auch da befindet sich nicht eine dabei von meinem Verein. Im Gegenteil. Wie ihr seht. Und gleich, wenn ich die Doppelkarten zeige, kommt drauf an, was ihr für Karten zum Anbieten habt. Vielleicht werde ich sie dann tauschen. Aber allerdings, Trikotkarte gegen Trikotkarte oder Autogrammkarte nur von der Bundesliga-Chrom gegen Bundesliga-Chrom. Wie ihr jetzt festgestellt habt, habe ich zwei Stück von der verbotenen Stadt. So, und jetzt kommt der Höhepunkt, den ich habe. Einmal hier hinten, bitte lesen. Borussia Dortmund gegen FC Bayern. Endspiel. Sie ist ziemlich dick. Und so sieht sie von vorne aus. Ein Stück Lederball. Was in die Geschichte eingeht wird. Weil es war das Endspiel. Also, das sind die Karten, die ich auf jeden Fall behalten werde. Jetzt zu meinen Doppelten. Einmal jemand aus der verbotenen Stadt. Hier ist sie allerdings so. Weiß mit ein Stück Blaues. Wenn ich sie umdrehe, dass es die Originale ist. Wie gesagt, die tausche ich gegen auch eine Trikotkarte. oder gegen eine Autogrammkarte von der Bundesliga Chrom. Das ist auch eine, die ich tauschen kann. Kommen wir nun zu meinen dritten Doppelten. Ist eine Autogrammkarte. Also, wie gesagt, postet ihr mir, welche ihr habt. Dann schickt mir ein Foto per E-Mail. und ich überlege mir das, ob ich sie haben will oder welche ihr dafür haben wollt. Also, das waren jetzt meine drei Doppelten. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, welche Karten ich besitze. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu. Und schaue zu.